In der letzten Folge haben wir uns auf den finalen Kampf vorbereitet. Wir sollten jetzt alles haben. Und dann losgehen. Ist hier nochmal Loot? Was? Ada! Ada! Oh, wow. Und welche fallen noch? Naja, ist bestimmt eine Falle, aber egal. Naja, schade, dass Luis nicht mehr da ist. Nehmen Sie doch mit. Ihr seid doch ein Team. Ja, dann eben nicht. Auch gut. Sie hätten sie umbringen können. Oh, wer ist das? Oh, mein Gott. Das ist dann. Unwürdige Kreatur! Oh, er mutiert. Was den Heiligen? Leife! Schmidt! Das Privileg 1! Mit uns zu werden! Tut mir leid. Also mach doch kein Auge, Bruder. Ist dein Name William Dörfern geworden, oder was? Ah ja. Nö, ich höre dem gerade gar nicht zu. Ich muss einfach nur erstmal looten. Immer ganz wichtig in deinem Gebiet. Och Mann. Ähm. Joa, das geht noch. Ey! Na, das ist du. Oh, oh. Das Leid dieser Welt ist grenzenlos. Tief in deinem Herzen weißt du diese Wahrheit. Wie endvolle Krieger, Schmerz. Und die Menschen verschließen ihre Augen vor den Bräueltaten. Und den Mut an ihren Händen. Selbst jetzt. Okay. Was zum... Die Menschen dieser Welt werden eins und in heiligen Leid. Fuck. Äh. Alter. Das wird eh nicht funktionieren. Das weißt du schon. Spring doch hier und... Der bleibt da erstmal 10 Milliarden Jahre stehen. Ja, das denkst du. Wie ein ungeborenes Immelein brauchen die Seelen eines Reiches und Nürnz. Als sorglos umher zu treiben. Und ich brauche erstmal Loot. Scheiße. Mein Kind. Verschließt du es noch immer nicht. Nein. Verwehrst du so vielen Seelen ihrer Erlösung? Weil... Ich hab mir auch keine Ahnung. Ne, Leon eben eh nicht. Okay. War gut. Ich werde mal um Vergebung blicken müssen, wenn das hier vorbei ist. Denn ich hab vor zu töten. Kind. Und so weiter nicht. Bin ich der Kind? Wir haben aber... Wir haben aber... schon... ordentlich... was... verschöhnliches. Ich werde dich wehren. Dauerschuss! Warte mal, wir hatten hier... Oh, wir hatten da Schießpulver. Da noch ne Menge Muni. Was? Ja, Scheiße. Jetzt haben... Jetzt können wir auch verständlich. Die Stimmen meiner. Ähm. So. Oh. Wir haben doch hier Platz, Mensch. Okay. Ja, das muss sein. Nein, ich will aber mich. Warum gibst du dich der Sünde hin? Ach du Scheiße. Ah. Ey, was ist das denn für ne Scheiße? Was ist das denn? Ich muss sie wäschzen. Die Stenmusik... Mein Schatz. Mein Schatz. Ihr liegt. Das wird Zeit, diesem Korver zu werden. Oh. Mein Fleisch... Was soll ich da machen? Er hat mich auch in die Engel getrieben. Ja, du auch. Ich dich auch. Warum willst du denn nicht die Waffen wechseln, Mensch? Alter, Leon. Aua. Also, so lange wird es gerüch. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, hinter mir. Ich mag das Blagas nicht. Was machst du? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ey, wer... Wäre ich jetzt nicht so... Vorsichtig gewesen, wäre ich jetzt tot. Hör auf damit. Ja. Huch. Ach, zu viel gedrückt. Dann wird es knapp, würde ich mal sagen. Äh, pöpöpöpö. Hast du wenigstens das gute Messer verwendet? Hey, Mann. So ein behinderter Wurstkampf. Ey, ich hab ja eine Mache, die stimmt ja. Ja, irgendwie kotze, Alter. Ja, irgendwie kotze, Alter. Ich weiß nicht, wie lange die Brücke immer hält. Ey, was ist denn das mit deinem Tentakel, Alter? Kann ich es mal lassen, Alter? Wischung aus William und Reska. Uh, Schmutz, Alter. Okay, Magnum und dann rein da. Was? Kein Magnum? Nicht mehr gebraucht? Oh. Ja, wir brauchen die Magnum. Ja, Leon einfach mit der Magnum drauf. Der mutiert immer weiter, Alter. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich, innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klappt. An dir liegt sie nicht. Ja, danke. Schon wieder rettest du mir den Arsch. Monia ist Moria. Ne, Moria ist Moria. Da hast du deine Gnade. Oh, voll ins Auge rein. Oh, oh. Das will doch Eder haben. Wird sie Dion wieder verraten oder nicht? Oh, oh. Das will doch Eder haben. Ja. Ja. Hey, da. Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten nen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte ab hier, gehen wir getrennte Wege. Schon wieder. Verstehe. Aber mir fehlt gerade auf Avi. Kann auch Ada Wong gewesen sein. Lust. Ja, ja. Beeil dich lieber. Ja, ja. Macht Leon. Uh, ein Cadibär. Bis nächstes Mal, Leon. Ja. Ja. Leon. Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Ja, super. Ich dachte, wir wären jetzt fertig. Ähm. Mach auf. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Wir haben ja... Wir wachen. Hallo Muni. Komm, noch Muni. Hallo Muni. Na. Du sollst nachladen, Mensch. So. Endlich nach Hause. Noch haben wir es nicht geschafft. Wenn jetzt jemand wegkommt, dann schiesse ich mit der Schrotze drauf. Das war knapp. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Wow. Alles wackelt. Als ob der die echt... äh... ...infiziert hat. Guck mal, was mit dem da los ist. Hihihi. Im Schuss darstellt nicht egal. Was das Gute auch. Ist du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. Schneller! Vielleicht sollten wir nicht zu schnell fahren. Aber doch. Wir können schon mal Tempo machen. Eieiei. Oh. Oh shit. Schneller! Schneller! Also in echt würde ich das... nicht trauen ich habe es überhaupt noch ich habe gerade angefangen schnell wir sind sicherheit es regnet ja und jetzt wird sie nochmal entführt und es gibt teil 5 nein spaß weißt du ich könnte meinen dad bitten dich meinen personen schutz zuzuweisen wenn du willst du brauchst mich nicht du kommst ganz gut alleine klar nur das mit dem messer solltest du noch mal ab nach hause die tochter ist präsidenten mit dem polizei ja ich sagte kommen ist das ding denn an leon geht es euch beiden gut ja du hast nichts mehr gemacht wow ein phänomenales spiel aber je mehr ich es gespielt habe desto mehr denke ich mir so wie sind die 8 war wirklich eine kopie noch schlechter außer dass man es nicht dabei hatte naja kann ich das auch überspringen ja gut das interessiert mich eh nicht mehr da ist noch eine nachsequenz stell mich durch ich habe den bernstein ausgezeichnet es wird doch whisker eine frage was wirst du damit anstellen ich bezahle dich nicht für fragen nur so viel soll verraten ein neues zeitleiter bricht an hunderte werden ihr leben für das eines einzelnen geben okay ich treibe diesen wandel voran dann geht es um millionen von opfern milliarden das ist ehrenhaft wow das ist ehrenhaft wow ja ein super spiel doch noch meine nachsequenz ich habe es geschafft ja b nur ja okay 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 oh 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 naja so gut waren wir jetzt auch nicht ja dann sind wir jetzt fertig erstmal und ich spiel noch mal wahrscheinlich den Merchandry modus gibt es halt auch noch viele sachen freizuschalten oh das sieht das sieht geil aus aber naja ist das westkasten nein hm oh warte mal äh es gibt doch auch extras die äh einen verbessern oder nicht ja hier unten wahrscheinlich naja egal wir haben eh ganz viele APs und egal aber Outfits sind halt schon geil irgendwie ja aber ich dachte man entscheidet irgendwas so echt nicht entführt werden kann oh ne 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 warte mal wo ist jetzt Merchandry modus ne hier nicht ne 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 Inline-Store-Option? Ja. Ne. Jetzt muss man sich extra runterladen. Na gut. Dann lade ich mir das noch runter und sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschau.